Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie auch schon oft gefeuert wurde, wie ich momentan bei Clash of Clans angreife. Ich bin gerade dabei, ich denke es ist jetzt schon meine Mauern auszubauen, sprich das einzige was ich gerade upgrade mit meinem Elixier sind die Armeelager. Eins habe ich jetzt schon auf Level 6 geupgradet, die anderen sind noch auf 5 und ein zweites upgrade ich gerade auch schon auf Level 6. Sprich ich habe momentan ein Kontingent von 185 Plätzen. Wie greife ich momentan an? Ich nehme 2 Drachen Level 1, nehme 17 Riesen Level 4, 52 Bogen Level 4 und 8 Mauerbrecher Level 4. Die Zauberspruchfabrik ist bei mir auf Level 3. Hier benutze ich 2 blaue Zauber, sprich 2 Blitzzauber auf Level 3 und einen Heilzauber auf Level 2. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die Gegnersuche. Was ich hinzu sagen muss, da ich momentan doch eine recht hohe Anzahl an Trophäen habe, zieht sich bei mir die Gegnersuche momentan immer recht in die Länge. Sprich, ich schaue immer nach Leuten ohne X-Bow, weil der ist mir doch noch zu stark. Der ist da meistens so stark, dass er meine angreifende Armee zu schnell vernichtet. Wo es natürlich der Fokus liegt, wenn man, wie in meinem Fall, mit Drachen angreift. Ihr müsst schauen, dass ihr die Luftabwehr möglichst schnell ausschaltet, weil ansonsten sind eure Drachen innerhalb kurzer Zeit pulverisiert und ihr habt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Wenn man aber die Luftabwehr mal ausgeschaltet hat, sind die Drachen wirklich richtig, richtig gut geeignet, um mal noch knapp die 50% zu holen, da sie einfach einen guten Schaden machen. Was aber wirklich auch gefährlich ist, ich würde sagen, der Tesla ist nicht ganz so tragisch und auch der Magiaturm macht dem Ganzen nicht allzu viel Schaden. Wir haben jetzt hier einen Farmer, ich schaue gerade, wie es hier ausschaut, ob wir da eine Chance hätten durchzukommen, aber auch der hat schon einen X-Bow, sprich, da mache ich lieber einen Bogen rum. Ist wirklich so, in letzter Zeit bei mir dauert das Ganze teilweise eine Viertelstunde, 20 Minuten während Frühstück oder während Mittagessen, bis ich einen Gegner finde. Auch von den Mauern schaue ich, dass die wirklich maximal lilane Mauern haben, da die anderen einfach zu stark sind. Und ich schaue auch, dass keine Bogenschützenkönigin dabei ist, sondern maximal ein Barbarenkönig. Jetzt schauen wir gleich mal, ob wir einen geeigneten Gegner finden. In meinem Clanburg habe ich momentan Bogen drin, sprich, es ist auch bei uns das, was am meisten im Clan geschickt wird. Hier denke ich, haben wir sein potenzielles Opfer, was ganz gut passt. Hat noch keinen X-Bow, ein Level-8-Rathaus, hat eine Luftabwehr hier und eine hier. Sprich, wir werden jetzt von hier einmarschieren. Ich schaue immer zuerst, wo die Clanburg ist, um da eventuelle Truppen rauszulocken. Sprich, wir setzen vielleicht mal einen Bogen hier hin. Und sehen gleich, dass ein Tesla. Also, ich mache es so, ich setze jetzt meine kompletten Riesen an die Stelle nahe der Luftabwehr, warte, bis jetzt einmal der Minenwerfer schießt und knalle jetzt meine ganzen Mauerbrecher raus, sodass die den Riesen möglichst schnell den Weg freimachen. Hinterher kommt gleich meine Clanburg und meine Bogen verteile ich immer an der gleichen Seite, wo angegriffen wird, außenrum. Die Riesen sind jetzt schon relativ low leider, also haben schon viel Schaden erlitten. Sprich, ich werde jetzt etwas nachhelfen mit meinen zwei saubern noch. Und da die Luftabwehr hier jetzt schon weggeräumt wurde, die da oben, werde ich wahrscheinlich nicht platt bekommen. Fange ich einmal mit einem Drache hier an und einmal mit einem Drache hier. Habe jetzt immer noch eine ganz gute Anzahl an Bogen und setze die hier außenrum. Was auch immer gut ist, so weit außen gelegene Armeelager. Die können euch oft noch helfen, um beispielsweise die letzten 50% zu knacken. Jetzt schauen wir mal, wir haben 42%. Hier haben wir noch einen Drachen, der langsam, aber sicher auch vernichtet wird. Und der zweite Drachen ist Gott sei Dank auch noch außerhalb der Reichweite von der Luftabwehr. Sprich, ihr seht schon, die Drachen machen so einen Schaden, sodass ich diese 50% eigentlich sicher schaffen sollte. Der eine ist jetzt gestorben. Hier haben wir noch einen, wir haben die 49% und dieser Bogenschütze schafft sicher das Armeelager. Sprich, dann haben wir auch die 50%. Allgemein kann man wirklich sagen, dass es bei mir momentan sehr, sehr schwer möglich ist, die 100% überhaupt noch zu erreichen. Mein Ziel ist es wirklich, auf 50% zu kommen, da die Gegner doch wirklich extrem stark zur Zeit sind. Ich finde fast nur noch Rathaus Level 9, sprich Level 8, wie in diesem Fall, ist eigentlich schon eine Ausnahme. Und von Ressourcen schaue ich natürlich immer im Optimalfall, dass 100.000 oder mehr geboten wird. Aber das ist leider auch nicht immer der Fall. Momentan sparen tue ich eigentlich nur auf den Riesen-Baba. Sprich, ich brauche die 10.000 dunkles Elixier. Und ihr seht jetzt schon, mit der Luftabwehr ist mein Drache wirklich innerhalb kürzester Zeit zunichte gemacht worden. Habe aber Gott sei Dank gewonnen. Von den Ressourcen auch ganz gut, von den Trophäen auch. Dunkles Elixier hätte ein bisschen mehr sein können. Aber alles in allem, sage ich mal, war das jetzt immerhin noch ein Angriff, der sich rentiert. Sprich, ihr habt nicht drauf gezahlt. Was manchmal bei mir auch der Fall ist, wenn ihr einfach zu viel für eure Truppen investiert. Wenn ich jetzt zum Ausbilden gehe, geht es wieder los, wie vorher eben auch. Ich mache zwei Drachen, mache dann einmal hier vier Riesen, mache dann da die 10 voll. Und mache dann hier, das haben wir 10 und 4 sind 14 und hier noch 3. Dann kommen meine acht Mauerbrecher und der Rest wird mit Bogen gemacht. Wenn man natürlich farmen will oder dergleichen, sage ich mal, sind auch die Goblins sehr, sehr gut. Aber auch die Barbaren, muss ich ehrlich sagen, und Magier und Heiler und dergleichen benutze ich zurzeit gar nicht. Also seit wirklich 1, 2, 3 Monaten greife ich immer mit dieser Kombination an. Klar, ich levele immer meine Truppen immer weiter auf, sodass das dann stärker wird. Aber generell ist das so meine Grundkombo, mit der ich angreife. Und ich denke, man sieht es auch ganz erfolgreich. Jetzt also mal ein kleines Angriffsvideo von mir. Wir sehen auch als nächstes, wenn es nochmal die Zaubersprüche ausgebildet. Und dann, sobald das Ganze wieder fertig ist, geht es wieder in den Angriff. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem klaren Beitritt, der beziehungsweise treu bleibt. Und wie sagt man so schön, Clash on. Ciao.